Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Ace. Der Ace ist ein überraschender Cocktail, serviert mit frischer Muskatnuss, damit sich der Genießer selber seine Muskatdosis verreiben kann. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 2cl Gin, 1 Eiweiß, 1cl Grenadine, 1cl Sahne, Muskatnuss, Eiswürfel. Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Ballonglas, Muskatnussreibe. Zubereitung Das Eis in einen Shaker füllen. Gin, Eiweiß und Grenadine dazugeben und mit der Sahne auffüllen. Gut shaken, gut durchschütteln und in ein Ballonglas abseihen. Mit einer Muskatnuss und einer Reibe servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß beim Kochen und guten Appetit! Zubereitung Zubereitung Zubereitung